Hä? Ja moin! Alter, auf den Mund oder? Selber Schuld, Bitch! Hä, wieso ist das denn? Oh nein, ich brenne! Was ist mit dem? Oh, ich hab auch einen Kartan. Guck mal! So, was? Jetzt haben wir... Ey, sag mal, was ist denn hier noch? Au, 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 au! Aua! Noch ein Problem! Was geht denn bei denen hier? Oh, oh! Das hab ich ungenietet. Die haben's kaputt gemacht, glaub ich. Ich würd sagen, wir gehen noch eine Stufe höher. Ja, erzähl. Mach mal. Oh! Warum ist der... Was passiert da? Ach so. Boah, schön! Oh, hell no! Oh mein Gott. Wie seht ihr auch, warum folgen die dir? Oh! Oh! Was ist hier los? Ich bin schon wieder versaut. Was geht hier ab? Oh, jetzt hab ich den... Boah! Oh! Bitch, schnell! Oh! Was ist hier los? Digga, sterben die auch irgendwann dran? Oder hat mal der doch gar keinen Schaden? So, tschüss! Ich bin mit Mopeds. Pfff! Schön! Sah, was sollen die mir hinterher? Was ist denn hier los, alter? Alle schreien, alle schießen! Lasst mich doch in Ruhe! Steuerung hier auch, ne? Oh, was ist das denn? The fuck? Jetzt liegen die da blöd rum, oder was? Die sind tot. Ey, hallo! Ich hab die nur angefahren. Die sollen sich immer so nicht so anstellen, alter. Aua! Alter, was ist denn da los? Hä, hallo! Hallo! Aua! Was ist denn hier los, alter? Passo! Jetzt überfahren dich alle! Ich will nicht sterben! Der bleibt einfach drinsitzen. Ich will nicht sterben! Oh, ich bin tot. Du bist tot. Schön. Okay. Das wird jetzt immer heftiger, gell? Es wird immer heftiger? Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, da kommt schon die erste! Aber warum fliegen... Aber warum fliegen... Ich hab gar nichts gemacht! Ich hab gar nichts gemacht! Ich hab gar nichts gemacht! Gar nichts! Hä? Hä? Hallo! Ist gut jetzt! Warum schießen sie mich überhaupt an? Das war... Das war nicht meine Schuld! Ich hab... Ich... Das ist auch nicht meine Schuld! Ich hab nichts gemacht! Ich bin grad mal aus dem Krankenhaus raus! Ich möchte nur an... Zahal! Digga, warum sind die Fahrzeuge pink, alter? Wieso? Ja komm, wer ist das? Was? Äh... 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 Hallo! Hallo! Junge, wie schnell, alter! Ich... Ich wollte nur fahren! Ähm... Was ist denn hier los? Was... Warum fliegt das? Warum fliegt das Auto runter? Hä? Nein! Das ist nicht meine Schuld! Wieso hab ich das denn jetzt geschehen? Warum? Der greift mich! Der zieht mich einfach aus dem Auto! Oh mein Gott! Ich wollte Krankenhaus spielen! Was ist denn... Was ist denn hier? Ich brenne! Ich brenne direkt! Was ist da los, ey? Was ist denn... Oh, da kommt schon wieder irgendjemand mit der Schwert! Digga, was ist denn mit dem? Aua! Aber du hast ja... Ja! Alter! Hä? Ich höre auch rumgeschreie! Digga! Da brennt was! Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Oh mein, ey... Es ist 2 Uhr morgens! Es ist 2 Uhr morgens! Es ist 2 Uhr morgens! Da liegt einer auf dem Auto! Wo er wieder auch rauszieht, ne? Schön! Ich... Hä? Was ist denn... Was hat denn der in der Hand, der eine? Ich... Wer denn? Ganz links... Der da hinten... Der hat grad einen... Der hat irgendwas in der Hand gehabt! So ein weißer Typ! Au! Also... Der schickt mir runter! Direkt! Direkt! Ich bin nur dahin... Ich... Ich... Ich höre nur... Ich höre nur... Bam, 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 bam! Die ganze Zeit... Was ist denn hier los, alter? Da läuft eine Frau mit Unterwäsche und ne... Und ne AK rum! Was ist denn... Was ist denn hier los? So... Unterwäsche und AK! Was ist denn... Digga! Was ist denn... Sind die alle nackt? Wieso? Was? Wer... Wer schießt hier rum? Ich... 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 Okay... Der sieht aus wie Elvis! Ich bin nur rumgelaufen! Ich fahren nicht mehr fünf Meter! Jetzt darfst du gar nichts fahren? Hä? Hä? Ein Sonnbrenn... Ja... Komm... Da ist schon wieder ein Pinker... Ey, sie... Ich komm aus Krankenhaus draus! Da fährt Pinker Wagen an mir vorbei, der brennt! ich brauche nicht mal was machen pass auf pass auf das ding ist ich kenne das normale san andreas nicht mal und dann sagst du sowas was geht der feuerwehr einer vorher auch klingt wie so ein affe alter was bin ich denn ja moin jawohl ja was bin ich du bist gefeuert ich komme nur raus Was ist das denn? Hier rollt ein Rad, ey! Boah, hier gleich! Okay, warte mal! Alter, ich komm nicht klar! Fuck, ich hab mich verschrieben! Wie kommst du, wie kannst du so ernst bleiben? Jetzt war ernst, wie kannst du ernst bleiben? Das war ich nicht! Scheiß! Alter! Digga, warum... Es gewittert hier! Hallo, es gewittert! Digga, was geht hier ab? Da geht es richtig ab! Oh! Das ist so geil! Da... Hallo! Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab... Das ist ein Clown! Guck mal! Ich hab pinke Haare! Komm doch her! Das ist eine Waffe! Oh! 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 Oh ne! Was? Hallo! Hallo! Ich hab... Mit allem mit dir nichts zu tun! Ich will ein Würstchenwagen! So! Look out, Docks! Ah! 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 Ich schieß die mit Laketen! Ich bin nur gefahren! Ich wollte nur Wissen verkaufen! Ich wollte halt... Digga, der ist... Das ist ein Hütchen! Guck mal! Taste the Cock! Excuse me, what the fuck! Oh! Was ist denn hier los? Es extrudiert hier alles! Schön! Alle vorn! Guck mal! Oh! Du, was geht hier ab? Guck mal! Dieses... Ich fahr halt nur! Guck mal!